Wieder gutes Vorchecking von Meffard, Ballgewin für den HSV und dann, was macht denn der Benisch da? Das war er glaube ich gar nicht, aber Tor! Tor für den HSV! 2 zu 0, Laszlo Benisch! Hat sich den da selbst vorgelegt, irgendwie, und dann links ins Eck geschoben. Ich glaube, da hat er Pingpong mit dem Gegenspieler gespielt.